Mr. Olympia 2024 steht in den Startlöchtern und wieso dieser Wettkampf dieses Jahr umso wichtiger wird, erkläre ich euch jetzt im Video. Viel Spaß und los geht's. Erstmal vorweg, danke fürs Einschalten. Wir sprechen heute über den anstehenden Wettkampf im Oktober Mr. Olympia 2024 und da kommen einige Dinge zusammen. Zuerst mal klären wir, welche Klasse es tatsächlich wird. Der eine oder andere wird es schon erfahren haben, es wird die Classic Physik bleiben. Jetzt wird man sich vielleicht fragen, wieso hat der Kerl dann 30 Kilo aufgebaut in seiner kurzen, aber dennoch knackigen Off-Season. Ich habe einige Kilos aufzuholen. Wie ihr mitbekommen habt, ist das Gewichtslimit im letzten Jahr stark angestiegen. In meiner Gewichtsklasse konnte ich knapp 3,5 Kilo mehr wiegen. Zur letzten Olympia habe ich das natürlich nicht geschafft. Ich war bereits in der Diät ein paar Wochen vor der Show und da ist es relativ schwierig, Kilos an Muskeln aufzubauen. Das habe ich nachgeholt in der Diät, aber viel wichtiger ist, dass es wahrscheinlich nicht nur 3,5 Kilo sind, sondern bis zu 7 Kilo und ich erkläre auch warum. Im Laufe der letzten Vorbereitung ist es wahrscheinlich aufgefallen, dass ich des Häufigeren einen Physiotherapeuten getroffen habe, der mit mir gemeinsam an meiner Wirbelsäule gearbeitet hat. Ich habe natürlicherweise seit meiner Kindheit ein extremes Hohlkreuz, was dazu führt, dass man in der Regel etwas kleiner ist, als man gewesen wäre. Das haben wir behandelt und wir haben tatsächlich den einen oder anderen Zentimeter rausgeholt, was mich jetzt in die Lage bringt, 0,6 Zentimeter zu benötigen, um in die nächste Gewichtsklasse aufzusteigen. Das heißt, aus knapp 89 oder 90 Kilo werden 96 Kilo. Und dieser Sprung ist maßgeblich und der wichtigste Faktor in der Geschichte, die ich euch jetzt gleich erzähle. Also, natürlich wird es die Classic Physik bleiben. Und wie ihr mitbekommen habt, hat der letzte Wettkampf oder der letzte große Wettkampf für enorm aufsehen gesorgt. Wesley Visas hat die Arnold Classic gewonnen und das auch absolut verdient. Der eine oder andere wird dem mit aufgefallen sein, dass seine Linie, seine Struktur sich deutlich differenziert von anderen Bodybuildern und er damit die Karten tatsächlich neu gemischt hat. In der Vergangenheit war es so, dass Urs, Ramon und Rav an der Stelle das Feld stark dominiert haben. Und jetzt kommt jemand, der nicht mal in der Top 5 war und räumt das ganze Feld von hinten auf. Das mischt die Karten neu. Das bedeutet, mein Gameplan und das ist der wichtigste Punkt in der Vorbereitung dieses Jahr, ich muss für massive, absolut massive Veränderungen sorgen. Das geht einher mit mehr Muskeln, mehr Körpergewicht, einer absolut überdurchschnittlichen Form und Härte und einer sehr guten Präsentation. Das wird mich, wie ich hoffe, in einen Spot bringen, der Top 5 würdig ist. Das heißt, wir müssen immer davon ausgehen, dass die Kampfrichter Jury Improvement, also Verbesserung sehen will, von einer Olympia zur nächsten. Das ist so der allergrößte Punkt, der absolut gern gesehen ist. Und genau diesen Schritt will ich machen. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von ein, zwei Kilo, die optisch gesehen schon massiv sind, sondern wir reden hier von knapp sieben Kilo, die definitiv auffallen sollten. Gepaart mit der Knochenstruktur, die ich mitbringe, könnte das eine gute Sache werden. Ich habe in den letzten Olympias einiges gelernt und Erfahrung gesammelt. Ich weiß, wie das ganze Spiel abläuft. Ich weiß, was ich tun muss und was ich nicht tun darf. Und genau mit diesen Dingen werden wir dieses Jahr in den Krieg ziehen. Außerdem sollte bekannt sein, dass unser Classic Ambassador, also unser Vorzeigegesicht der Classic, wahrscheinlich sein letztes Jahr in der Classic Division antritt. Und die Rede ist von Chris Bumstead. Seitdem ihr mitbekommen habt, ist Chris Dad geworden, hat ein Kind bekommen, hat sich außerdem die Haare transplantieren lassen, Stammzellen in die Niere. Das heißt, er legt viel Wert und auch Geld auf den Tisch, um seine Gesundheit zu fördern. Und das würde nicht zusammenpassen, wenn er sich auf einer Olympiabühne weiterhin zerlegt. Des Weiteren ist das Fakt, dass dieser junge Mann wahrscheinlich am Wochenende mehr verdient, als wenn er einen Olympiatitel mit nach Hause nimmt. Das heißt, der gesundheitliche Aspekt ist nicht mehr gegeben. Der Fakt, dass er Vater geworden ist und der Fakt, dass es finanziell für ihn absolut keinen Sinn macht, bringt mich zur Überlegung, dass er wahrscheinlich dieses Jahr ein letztes Mal auf der Bühne steht, wobei das in meiner Welt schon fraglich ist. Der eine oder andere wird Chris etwas weniger oder etwas besser kennen. Und so wie wir Chris kennen, ist er sehr competitive, also konkurrenzfähig und sucht den Wettkampf. Und ich vermute, das will er dieses Jahr noch ein letztes Mal tun. Nun, für uns anderen Classic-Athleten ist es natürlich immer so eine Sache, denn wie jeder weiß, kommt jeder Athlet erst nach Chris. Die Sache ist quasi jetzt schon entschieden, dass Herr Baumstädt das Ding wieder gewinnen wird. Nichtsdestotrotz. Und das ist der weitere wichtige Aspekt. Wir wissen alle, dass wenn Chris einmal geht, die Pro League einen neuen Ambassador für diesen Sport braucht. Und wer das sein wird, ist jetzt nicht mehr in trockenen Tüchern. Zuvor war die Sache relativ klar, wir hatten Ramon, wir haben Urs und wir hatten Ruff. Brianna an der Stelle, schwieriges Thema. Ich persönlich finde ihn einen hervorragenden Athleten. Er ist aber dennoch nicht mehr 25 oder knapp 30, sondern der Herr ist schon etwas älter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er für mehrere Jahre noch auf dem Thron bleibt, ist nicht wirklich gegeben. Die Jugend ist relativ stark und drückt dort nach. Deswegen, wenn die Karten jetzt neu gemischt sind zwischen Wesley, zwischen Ramon, zwischen Urs, zwischen Ruff, zwischen mir und allen anderen, das gibt mir die Möglichkeit, in Summe mit knapp 7 Kilo mehr auf der Bühne zu stehen, mich optimal zu präsentieren und damit quasi wieder in die Top 5 zu rutschen. Sobald man in den Top 5 ist, werden die Karten im Finale meistens neu gemischt. Wir haben das Prejudging, das kennt jeder, das ist die Vorrunde, in der aussortiert wird, um wen es wirklich geht. 2022 hatten wir über 60 Olympiateilnehmer auf einer Bühne. Dann wurde ausgesiebt und ausgesiebt und am Ende standen die besten 5 auf der Bühne. Und genau das ist mein Ziel für 2024. Denn wenn man erstmal in der Top 5 steht, gilt es, den Kampfrichtern zu vertrauen und deren Blick entscheidet, wer später auf dem Thron steht und wer nicht. Natürlich reden wir jetzt nicht unbedingt von 2024. Aber wenn man sich jetzt gut positioniert und in den Top 5 fest verankert ist, steht die Frage aus, wer die nächsten Jahre lang den ein oder anderen Titel gewinnen wird. Und natürlich, jeder Mann, jeder Sportler auf dieser Welt sollte konkurrenzfähig genug sein, um sich den Sieg zu wünschen und dafür zu arbeiten. Natürlich liegt es niemals in unserer Hand, das zu entscheiden. Wir müssen den Kampfrichtern vertrauen, die wurden darauf geschult und ausgebildet und haben ein sehr gutes Auge dafür. Deswegen sollte man auch immer dem Ratschlag der Jury etwas Glauben schenken und sich dementsprechend entwickeln und verbessern. Genau das ist mein Plan. Ich kenne meine Schwachstellen, daran arbeiten wir mit höchster Präzision. Meine Trainings sind mittlerweile auf einem Niveau, bei dem ich mir gar nichts mehr vorwerfen kann. Meine Ernährung ist nach wie vor vorbildlich. Meine Off-Season hat super funktioniert und jetzt gilt es, das Ganze zu formen und auf die Bühne zu bringen. Ob es wirklich am Ende sieben Kilo sind, weiß keiner, kann auch keiner versprechen. Die absolute Priorität ist Shape. Danach kommt die Präsentation und an dritter Stelle ist es tatsächlich erst die Muskelmasse. Denn das ist das, was in der Classic nicht unbedingt der größte Faktor darstellt und darstellen sollte. Ihr habt gesehen, dass zum Beispiel ein Rough Diesel in der Vergangenheit einer der leichtesten Athleten war tatsächlich und wahrscheinlich mit einem der schönsten Körper hat, die es gibt auf dieser Welt, in der Classic Division. Also kann Gewicht an der Stelle nicht ausschlaggebend sein. Natürlich, je imposanter, größer, muskulöser und krasser der Athlet in der Classic ist, desto besser. Das darf aber nicht auf Kosten von Symmetrie, von Härte, Conditioning und Shape sein. Und ich versuche, ihr hört schon raus, das sind relativ viele Aspekte, auf die man achten muss. Ich versuche das aber so gut wie möglich auf die Bühne zu bringen. Und an der Stelle ist es mir persönlich wichtig, dass ihr das Ganze mitverfolgt. Ich bin unheimlich dankbar dafür und das ist des Künstlers Brot, wie auf einem Konzert der Applaus. Wenn wir Sportler in der Öffentlichkeit stehen und glaubt mir, das ist nicht einfach oder nicht oft einfach, tut es dem einen oder anderen doch sehr gut, ein positives Feedback zu bekommen. Das hat man jetzt vor allem an Urs gemerkt. Urs hatte nicht das Feedback, was er sich vermutlich erhofft hatte, nach der Arnold und nach den Wettkämpfen, die er gemacht hat. Er hat sich enorm verbessert, Improvement über Improvement. Und doch ist das positive Feedback etwas ausgeblieben. In der Öffentlichkeit und in den sozialen Medien hat er doch den einen oder anderen Hieb kassiert, weshalb er sich dann zurückgezogen hat, was ich vollkommen verstehen kann. Ich war an demselben Punkt. Und da möchte ich einfach nur mal an 2020 erinnern, wo ich nicht auf die Olympia reisen konnte. Wegen des Travel Bands von Deutschland in die USA. Da gab es einen speziellen Antrag. Das will ich gar nicht hier weiter ausräumen. Aber über mir ist quasi die Hölle und die Scheiße zusammengebrochen. Und ich konnte fast nicht mehr meinen Kopf überhalb der Scheiße halten. Und mir ging es wirklich nicht sehr gut. Und dasselbe wird jetzt gerade Urs zuteil. Das wird er lernen müssen. Damit wird er umgehen lernen müssen. Aber genau für das Gegenteil könnt ihr sorgen, indem ihr einfach euren Lieblingssportlern und Bodybuildern das ein oder andere Mal ein gutes Wort zuteil kommen lasst. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr werdet mich also in einer neuen Version auf der Mr. Olympia 2024 sehen. Mit einigen Kilos mehr. In einer hoffentlich in der besten Form, in der ich jemals war. Wieder in den Top 5, um etwas Ärger zu machen und unserem Herrn Bumstet auf den Füßen zu stehen. Das wäre das ganz große Ziel. Ich hoffe, ihr begleitet das. Danke an der Stelle auch an Peak, dass ich hier quasi meine ganze Reise teilen kann. Vor allem mit euch teilen kann. Und wenn ihr ein Teil davon sein wollt, lade ich euch herzlich ein. Ihr könnt mich auch unterstützen, selbstverständlich, indem ihr Produkte einkauft, die euch gut tun, Supplements einkauft, die euch gut tun und mein Code benutzt. Ihr seht, dass Peak relativ häufig neue, coole Produkte und Innovationen mit auf den Markt bringt. Unter anderem jetzt auch das Pro Biome, was wohl mit das erste Produkt in Europa ist, das HMOs enthält. Dazu aber in einem anderen Video mehr. Ich hoffe, das waren jetzt alle Infos, die notwendig gewesen sind. Wenn ihr andere Fragen habt, mehr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Dann will ich mir gerne Zeit und beantworte sie für euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Euer Maik. Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war's. Ich hoffe, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020